Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Wieso, Woher, Warum, der Podcast rund um Kinderfragen. Heute ist es Zeit für die zweite Kinderfrage, die mir gesendet wurde. Henrike, vier Jahre alt, möchte gerne wissen, warum manche Tiere Winterschlaf halten und wie viele Tage das eigentlich sind. Eine ziemlich spannende Frage, finde ich. Du hörst heute, welche Tiere eigentlich Winterschlaf machen, wer die Langschläfer aller Winterschläfer sind und woher die Tiere eigentlich wissen, wann es Zeit für ihren Winterschlaf ist. Überlegen wir doch erst einmal, was Winterschlaf überhaupt ist. Winterschlaf ist eine ziemlich schlaue Erfindung mancher Tiere, um den Winter auch in kühleren Umgebungen zu überstehen. Wie du vielleicht schon weißt, ist es im Winter für viele Tiere gar nicht so leicht, Futter zu finden. Alle Nüsse sind schon verbuddelt, an den Bäumen wachsen keine neuen grünen Blätter mehr und wenn der Schnee fällt, wird die Futtersuche noch viel schwieriger. Und genau deswegen legen sich manche Tiere einfach schlafen und warten, bis der Frühling kommt. Dabei können sie ihre eigene Körpertemperatur ganz stark senken und ihren Herzschlag verlangsamen. Ein Igel zum Beispiel schafft es dann in einer Minute, also einmal bis 60 zählen, nur noch ein bis zwei Mal zu atmen. Eigentlich atmet ein Igel ungefähr 50 Mal in dieser Zeit. All das macht der Körper der Tiere von ganz alleine als Schutz vor der Kälte und dem Verhungern. Jetzt ist es Zeit für ein kleines Quiz. Wir wissen ja nun schon, dass der Igel Winterschlaf macht. Aber welches Tier zählt denn noch zu den Winterschläfern? Eine Fledermaus, ein Pferd oder ein Löwe? Stimmt genau, es ist die Fledermaus. Löwen leben doch in warmen Lebensräumen, da braucht man keinen Winterschlaf. Und Pferde? Na, die haben eine andere Taktik gegen die Kälte im Winter. Weißt du welche? Stimmt genau, das Winterfell. Das sieht übrigens nicht bei jedem Pferd gleich aus, sondern liegt ganz daran, wo die Pferderasse herkommt und wie kalt es dort im Winter ist. So bekommt zum Beispiel ein Isländer ein anderes Winterkleid als ein Andalusier. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn du das weißt, bist du schon fast ein Winterschlafprofi. Was sollte man bei den Winterschläfern besser lassen? Sie aufwecken und bei ihrem Winterschlaf stören? Oder ihnen kleine Laubhügel im Garten als Schlafplatz bauen? Hm. Genau richtig. Man sollte sie auf keinen Fall stören oder aufwecken, wenn man sieht, dass dort ein Tier Winterschlaf hält. Denn wenn so ein Tier dann aufwacht, muss es sich ganz schön anstrengen, wieder wach zu werden. Vielleicht kennst du das, wenn Mama dich früh morgens wecken muss, aber du eigentlich noch viel länger schlafen möchtest. Mindestens genauso anstrengend ist das für die Tiere. Und dann kriegen die Tiere natürlich Hunger nach all der Anstrengung. Und wie wir ja wissen, ist es im Winter ziemlich schwierig für die Tiere, Futter zu finden. Also pssst, lieber leise vorbeischleichen und warten, bis der Frühling sie aufweckt. Übrigens, so einen Winterschlaf halten diese Tiere nicht am Stück sechs Monate lang. Sie müssen zwischendurch auch mal kurz aufwachen, um den Schlafplatz zu wechseln oder Pipi zu machen. Stell dir mal vor, du würdest sechs Monate nicht auf Toilette gehen können. Das wäre ja verrückt. Trotzdem sind diese Tiere kleine Künstler, denn sie schlafen meist einige Tage oder Wochen lang ohne Unterbrechung und müssen die ganzen sechs Monate nichts fressen. Also das würde ich ja nicht schaffen, so lange nichts zu essen. Aber nun rechnen wir doch mal, wie lange so Winterschläfer dann eigentlich schlafen. Die meisten beginnen ihren Winterschlaf im Oktober oder November, also ungefähr in diesem Moment, in dem du gerade diesen Podcast hörst. Dann schlafen sie den Dezember, den Januar und den Februar. Es kommt immer ganz oft das Tier an. So gehen zum Beispiel Murmeltiere schon Ende September schlafen, weil es für sie schon dann ziemlich schwer wird, etwas zu fressen zu finden. Nehmen wir also mal das Murmeltier als Beispiel. Diese Tiere schlafen also insgesamt 182 Tage lang. Wow! Ein Igel hingegen schläft nur drei bis vier Monate, also auch ungefähr 151 Tage. Auch schon ziemlich lange. Stell dir mal vor, du würdest so lange im Bett liegen müssen. Die Langschläfer bei den Winterschläfern sind übrigens die Murmeltiere und die Siebenschläfer. Auch die Siebenschläfer verschlafen fast ein halbes Jahr, nämlich knapp sieben Monate. Daher auch der Name Siebenschläfer. Hast du gewusst, dass es auch einen Sommerschlaf gibt, den manche Tiere machen? Das ist so ähnlich wie ein Winterschlaf, nur im Sommer. Das kommt vor allem in sehr warmen Gebieten, den sogenannten Tropen vor, wo die Temperaturen häufig sehr hoch sind und die Tiere vertrocknen könnten. Damit das nicht passiert, verstecken sich zum Beispiel Schlangen oder Echsen in Felsspalten oder verlassenen Unterschlüpfen und warten darauf, bis die Temperaturen wieder etwas angenehmer werden. Das kann mal zwei Wochen dauern oder auch bis zu zwei bis drei Monaten. Ähnlich wie im Winterschlaf fressen die Tiere in dieser Zeit nichts und sparen ihre Energie, indem sie sich einfach nicht bewegen. Aber woher wissen die Tiere eigentlich, wann es Zeit für ihren Winterschlaf ist? Denn ein Kalender kann ein Igel doch gar nicht lesen, oder? Nein, natürlich nicht. Viele Menschen denken, dass die Tiere die herbstlichen Temperaturen spüren und dann wissen, dass sie sich schlafen legen müssen. Allerdings stimmt das nur ein bisschen. Vor allem bemerken die Tiere, dass die Tage immer kürzer werden und es abends immer früher dunkel wird. Wenn sie das bemerken, suchen die Tiere nochmal extra viel Futter als Fettpolster und machen sich dann auf die Suche nach einem gemütlichen Schlafplatz. Kommen wir nun zu einer Idee, wie du, ja, genau du, einem Tier für den Winter einen Unterschlupf zum Schlafen bauen könntest. Dafür brauchst du gar nicht viel und es macht bestimmt eine Menge Spaß. Du kannst nämlich bei eurem nächsten Waldspaziergang mit Mama und Papa einen Laubhaufen bauen. Dafür brauchst du nur jede Menge Blätter sammeln, die eh gerade alle von den Bäumen fallen und den Boden so schön rot, gelb und orange färben. Ahnst du, welches Tier sich wohl gerne in solchen Laubhaufen versteckt, um zu überwintern? Genau, der Igel. Igel lieben solche kleinen Verstecke. Und vielleicht hast du ja Glück und ein suchender Igel findet genau deinen Laubhaufen und freut sich sehr. Natürlich kannst du auch so einen Laubhaufen im Garten einrichten. Dann kannst du sogar noch besser beobachten, ob schon ein Igel eingezogen ist. Wenn du auch eine Frage hast, die ich beantworten soll, schreib mir gerne eine Mail an kinderfrage.gmail.com Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei der nächsten Folge von Wieso, woher, warum wiederhören. Bleib neugierig, deine Christina. Wieso, woher, warum wiederhören.